Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz ein Satz zum Vorredner. Es ist einmal mehr bezeichnend, selbst bei den wichtigsten Themen wie der Wohnungsnot haben Sie außer billiger Flüchtlingshetze nichts zu bieten. Das ist ein Armutszeugnis für Ihre parlamentarische Arbeit. Dabei gehört das Thema Wohnungsnot zu einem der wichtigsten Probleme, die wir haben in Deutschland. Und deswegen sind wir als Gesetzgeber gefordert. Wir müssen dafür sorgen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt und dass die Mieten nicht explodieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich gehört dazu, dass wir mehr sozialen Wohnraum schaffen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und dafür haben wir uns eine Fülle von Maßnahmen vorgenommen mit dem Baukindergeld, mit steuerlichen Abschreibungen oder uns ganz wichtig über zwei Milliarden mehr für den sozialen Wohnungsbau. Das sind wichtige Maßnahmen, aber das wird seine Zeit dauern, bis diese Maßnahmen greifen und sich auf das Mietniveau auswirken. Und deshalb muss jetzt die Devise lauten, wir müssen ran ans Mietrecht, wir müssen Mieterinnen und Mieter besser schützen vor explodierenden Mieten. Da müssen wir jetzt ran. Das ist eine zu wichtige Aufgabe, als dass wir das liegen lassen könnten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen bin ich der Justizministerin ausdrücklich dankbar, dass sie einen guten Gesetzentwurf erstellt hat, in dem die Dinge, die die SPD im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat, auch geregelt werden. Wir werden die Modernisierungskosten, die Umlagemöglichkeit von 11 auf 8 Prozent verringern. Bei einer Investition von etwa 20.000 Euro sind das immerhin 600 Euro, die dann weniger vom Mieter zu bezahlen sind. Also eine spürbare Entlastung. Und wir schützen die Mieter vor explodierenden Mieten bei Modernisierungen, indem wir einen Deckel für die Modernisierungsumlage einführen. Es darf in sechs Jahren nur um drei Euro pro Quadratmeter die Miete erhöht werden. Auch das ist eine wichtige Schutzmaßnahme, um zu verhindern, dass Mieten explodieren und Mieter dann ihre Miete nicht mehr bezahlen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir erleben leider auch, dass nicht nur große Wohnungskonzerne, aber vor allem ihre Mieter herausmodernisieren. Und eine Variante besteht darin, dass teure Modernisierungen angekündigt werden, dass der Mieter Angst bekommt vor hohen Mieten und dann von sich aus dazu verleitet wird, die Kündigung auszusprechen und dann Umzugskosten hat oder anderswo, wenn er eine Wohnung findet, eine höhere Miete zu bezahlen hat. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, und das werden wir auch so regeln, dass es dann einen Schadenersatzanspruch gibt, dass also etwa die höheren Umzugskosten oder auch eine höhere Miete dann zu bezahlen ist. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Fairness im Mietrecht. Wenn der Vermieter lügt und dadurch Kosten verursacht beim Mieter, dann soll er auch dafür haften, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass das jetzt hier wieder infrage gestellt wird und deswegen auch vom Kanzleramt die Versendung des Entwurfes an die Länder und Verbände blockiert wird, unter anderem in dieser Begründung, das ärgert uns. Und das kann auf keinen Fall so bleiben. Wir müssen hier für mehr Gerechtigkeit auch im Mietrecht sorgen. Und dazu gehört auch, dass wir eine staatliche Sanktionsmöglichkeit schaffen, einen Ordnungswidrigkeitentatbestand. Denn wenn man die Wohnung verliert als Mieter, dann hat man andere Sorgen, als eine Zivilklage gegen den Vermieter zu erheben. Also gegen die schwarzen Schafen bei den Vermietern und nur um die geht es. Um die dranzubekommen, brauchen wir auch eine staatliche Sanktion. Und deshalb ist es gut, dass der Gesetzesvorschlag von Frau Barley, wie wir es uns auch im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, einen Ordnungstatbestand vorsieht, dass es ein Bußgeld gibt, wenn der Vermieter den Mieter anlügt, wenn er durch einen bösartigen Bluff hohe Modernisierungskosten vorgaukelt und der Mieter dadurch seine Wohnung aufgibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine wichtige Maßnahme. Sie sehen, dass wir hier sehr viel vorhaben. Ich will ausdrücklich an die Adresse unserer politischen Lebensabschnittsgefährten von der Union sagen, dass die Zeit hier drängt. Wir müssen schnell zu Ergebnis kommen. Ich habe kein Verständnis, so viel ans Kanzleramt, dass der sehr gute Entwurf von Frau Barley blockiert wird, dass wieder Zeit ins Land geht, bis wir die Länder und Verbände hier zu anhören können. Das kann es nicht sein. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist zu angespannt, als dass wir hier noch lange Diskussionen über Verfahrensfragen führen könnten. Wir müssen hier Regelungen gegen explodierende Mieten finden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Satz zum Antrag der Linken. Sie sagen nichts zu wichtigen Themen, wie Sie etwa die Wohnfläche zukünftig fair berechnen wollen, wie Sie die Modernisierungskosten deckeln wollen, wie Sie die Absenkung der Modernisierungsumlage, regeln wollen, auf welches Niveau. Insofern ist aus unserer Sicht Ihr Antrag nur Stück wert, kein Gesamtkonzept, wie es der Entwurf von Frau Barley vorsieht. Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die FDP Katharina Kloke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.